und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren path of titans video in dem heutigen video bin ich mal mit magnus ein wenig auf jagd gegangen das ganze haben wir gemacht als sucho mimos den seht ihr ja auch schon wunderschön im hintergrund und als wir dann so durch die gegend geschlendert sind sind wir dann auch auf den ein oder anderen spinosaurus getroffen und das hat einige sehr interessante kampfsituation ergeben die ich euch nicht vorenthalten wollte er ist ultraschnell der schneller als der konkurrenator ja das richtig heftig gut er war nicht so viel aus da ja da müssen wir aufpassen wo sind die handy spinos zu sehen da oben rechts 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 er macht macht vorher böse kommt zwei gegen zwei du brauchst dich nicht hinsetzen verstehen das passt schon jetzt geht ich auch so langsam kommen will aber dass die auch beiden nicht dass wir diese von hinten angreifen und kreisen ihn tag wird sicher nicht los für die rennt aber es war langsam genau was mit seinem kollegen er kommt er kommt er kommt jetzt geht es ab weiß ich würde sagen wir fokuss in den anderen aber irgendwie ich würde den der schon low ist fokussend ja ja das ist der weiche hätte ich gerade ich habe roten bildschirm alles gut dann hatte ich getroffen einmal wie viel halten wir aus das ist ja richtig das rote ist ja meine leistung der mein lebensleistung ja ich habe schon kein austau mehr wir müssen den hier beißen bei mir genau du kommst von hinten das perfekt jetzt schreit er das war sehr gut ja pass auf hinter dir er hat mich einmal getroffen als hast du ihn mach ihn das ist perfekt hinter ihm er kann nichts mehr machen ja da geht er da ja erstmal essen hier okay das war ja ein leichter fight jetzt aber die beiden haben auch erst sehr spät realisiert dass es los geht oder ja irgendwie wollten sie auch nicht habe ich so das gefühl kann nicht essen was soll das oder ist wieder ein spino vor uns ist das gleiche oder kann sein ja obwohl der hat einen anderen skin nur dass er weiß dass wir fighten wollen einfach drauf ich beiß ihn nur einmal gucken ob er das macht der schlinge der wollte mich reinlegen hast das gesehen hinter ihm ja ja ich weiß ich weiß ich weiß ich habe einen geilen skin oh mein gott der hat sich voll schnell gedreht das ist ganz schön wendig oder ja jetzt auch schon dreimal gebissen glaube ich oh shit mich hat er auch getroffen ich habe auch noch ein halbchen aber ich habe keine ausdauer mehr ja auch nicht ich lenke ihn ein bisschen ab jo bald gleich tot ja ich muss ausdauer tanken ein viertel oder so wir müssen jetzt vor zwei seiten kommen wir müssen die tod zergen kann sich halt voll wendig drehen so ja da kommt noch einer jetzt haben wir ein problem wir müssen hier weg markens kommen ja lass weg wir haben beide keine ausdauer und die sind jetzt auch zu zweit oh nein gar keine ausdauer mehr wir halten die aber gleich nochmal oder ja erstmal regenerieren bisschen ja ich habe nur noch ein viertel oder so die verfolgen uns auch nur aufpassen andere hat noch ausdauer jetzt so ja eben wir müssen jetzt erstmal mit der time mit der zeit spielen die machen gerade auf dicke hose ja ich habe auch nur halbes leben na ja ich habe du hast also ich habe noch ganz wenig noch ein viertel gott ich weiß nicht ob wir dann feiten sollten aber wir müssen auf jeden fall den typen fokuss mit dem schönen skin der andere kommt ja die bedrohlich nahe hast du nicht ausdauer inzwischen doch doch richtig auf dicke hose chase mich halt immer noch ne spino brother hast du auch offen ja das heißt es sind wahrscheinlich keine maids maids oh fast von links pass auf da kommt ein suko perfekt komm der fightet mit bruder komm mit fighte mit uns komm wir fighten die jetzt wir müssen den hinteren fokussen wie kann ich den textschutz bleiben oh nein das ist nicht gut oh gott jetzt geht sie gleich rund checkt unser mate das also der wird uns schon helfen schon ein bisschen mehr ausdauer noch dann greife ich an um kreis den jetzt von hinten mhm er hilft uns er macht aua okay sehr gut geht sie gleich los ey er greift schon an sehr gut ihr tagt schon da hinten sehr schön das sind auch sehr schön das sind auch ja ich bin auf harmer gehetet lass dich nicht beißen gute hits hier bei dem gemacht neun ja ich mach hier auch grad hits ich hab ihn ich hab ihn meiner ist down ich brauch noch Hilfe bei dem anderen ja ich komm noch ich hab ein bisschen am zip wir müssen uns den gleich mal einladen ne ja unser mate is down okay das ist kollateralschaden passiert oh er schreit ich hab keine ausdauer mehr oh er laggt what the fuck hab ich rumgelaggt ich brauch auch keine ausdauer mehr ich auch nicht aber er auch nicht wir müssen jetzt umkreise na das machen wir jawoll ich schnapp ihn dir bleib stehen hinter ihm oh er dreht sich so schnell oh my god ich hab 1 ap renn weg renn weg tot keine ausdauer mehr gehabt ja ich hab ihn wir haben gewonnen sehr schön so kampf bis zum letzten Mann alter schede das war aber richtig richtig krass da geht er down wir haben gewonnen 3 suchos gewonnen lad den mal ein den mate haben wir noch einen dritten ja das hat richtig spaß gemacht ohne scheiß ja mega cool mit dem er den te das ist ja das ist das ist du du